Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 2. April. Heute haben wir dabei Gmail, Sing, Bragi und Automatic. Beginnen tun wir mit einem Nachschlag zu gestern. Am 1. April wurde Gmail von Google 15 Jahre alt. Und der E-Mail-Dienst, der ist damals gestartet und war nur auf Einladung zu erreichen. Ich weiß noch, dass es damals ein großes Hin und Her gab und auf Ebay hat man die Account sogar verkauft. Man hatte damals satte 1 GB Speicher, das war wahnsinnig. Ein Jahr später bereits 2 GB und lange Zeit war es auch in der Beta und Ende 2009 oder Mitte 2009 ist es aus der Beta raus. Und ja, seitdem ist halt Gmail eigentlich auch nicht mehr wegzudenken. Interessanterweise gab es ja lange Zeit in Deutschland Probleme und deswegen gab es in Deutschland dann Google-Mail, weil die Domäne Gmail damals eben nicht Google gehörte. Und entsprechend der Besitzer, die auch nicht rausgeben wollte, da könnt ihr mal euch schlau googeln. Ist eigentlich eine interessante, witzige Geschichte. Nächstes Thema, Sing, das deutsche Karrierenetzwerk, der deutsche Konkurrent zu LinkedIn, wenn man es so nennen möchte, der hat jetzt das Berliner Startup Honeypot übernommen. Und Honeypot, das ist eine Jobplattform für IT-Experten. Der Kaufpreis war 22 Millionen Euro und bei bestimmten Geschäftszielen kann das sogar bis zu 35 Millionen noch werden. Und bei Honeypot, da läuft der Bewerbungsprozess andersrum, sprich IT-Experten sind dort vor Ort und die Unternehmen müssen sich dann bei denen bewerben, um die dann eventuell für einen Job zu interessieren. Scheint auf jeden Fall eine interessante Sache zu sein, hat wohl auch eine relativ gute Community. Und daher hat Sing gedacht, das passt zu deren Produkt. Nächstes Thema, Bragi. Die haben ja angefangen mit Bluetooth Earbuds, waren so eine Art Pionier. Und das war damals ein Kickstarter-Projekt, hat 3,3 Millionen eingesammelt und hat die Produkte des Dash und der Dash Pro sogar rausgebracht. Viele Kickstarter-Projekte machen das ja nicht. Die haben jetzt ihr Hardware-Business verkauft. Anfang des Jahres war der Online-Store schon leer bei denen, aber jetzt sind sie komplett aus der Hardware raus und wollen sich fokussieren auf Lizenzen und Software. Denn der CEO hat gesagt, dass zum Beispiel die Dash Pro Earbuds, die hätten halt auch schon groundbreaking, ultra effiziente AI drin gehabt und die könnte man erweitern mit Sprachassistenten und Übersetzungen und sonst was. Ja, schauen wir mal, ob das wirklich was wird oder ob die Firma dann jetzt praktisch tot ist. Und letztes Thema für heute, Automatic. Das ist ja die Firma hinter WordPress.com, WooCommerce und Jetpack. Die bringen jetzt noch eine weitere Linie an Tools raus, und zwar die Happy Tools. Denn Automatic ist eine Firma, die ist remote aufgestellt. In ihr arbeiten 850 Mitarbeiter in 68 Ländern. Also wirklich dezentral aufgestellt und um intern zusammenzuarbeiten, haben sie halt Tools entwickelt. Und die wollen sie jetzt auch wirklich rausbringen. Unter dem Begriff namen Happy Tools, das ist ein Software-as-a-Service-Programm. Man zahlt 5 Dollar im Monat und hat dann Zugriff. Und das Ganze fängt mit einem Scheduling-Programm ein, Happy Schedule, was man wohl für Kundensupport einsetzen kann, was entsprechend Automatic auch selber macht. Und wenn man diese 5 Dollar bezahlt hat, so verstehe ich es jetzt jedenfalls, wenn jetzt mehr Tools reinkommen, es bleibt immer dabei, das ist 5 Dollar pro Nutzer pro Monat. und was drin ist, ist drin und wird halt auch konsequent erweitert. Schöne Sache, gucke ich mir auf jeden Fall an. Und das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Dienstag. Kommt gut in den Tag, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Hört mehr Geek Talk!